Nachdem Zinedine Zidane, 46, vor kurzem überraschend von seinem Trainer Pustan bei Real Madrid zurückgetreten ist, scheint es viel versprechenden Nachwuchs zu geben. Zumindest schon mal fürs Auge. Vor allem der 20-jährige Luca ist ein echter Frauenschwarm. Seine Follower lieben ihn. Unter seinen Bildern lodern Flammen-Emojis ohne Ende und Herzen gibt's auch genug. Leider gibt es aber auch schlechte Nachrichten, der schnuckelige Zidane-Sohn scheint schon seit Länderem laut Instagram eine Freundin zu haben. Auch als Fußballer tritt er in die Fußstapfen seines Vaters. Luca ist Torwart bei der zweiten Mannschaft von Real Madrid und das wohl ziemlich erfolgreich. Bei Luca hört der Hingucker aber noch nicht auf. Der älteste Sohn Enzo ist mindestens genauso ein Frauenheld. Der 23-Jährige wird auf Instagram auch ordentlich gefeiert. Genau wie sein kleinerer Bruder spielt er, wie soll es anders sein, Fußball. Er ist Mittelfeldspieler beim Schweizer Verein FC Lausanne Sport. Zeit mit der Familie zu verbringen, ist den beiden besonders wichtig. Immer wieder posten die zwei süße Familienfotos. Insgesamt besteht Familie Zidane aus sechs Mitgliedern. Dazu gehören auch noch Theozidane, 16, und das Küken Elias, 12., wirklich eine Bilderbuchfamilie.